Hallöchen! Endlich mal Frühsport. Bauch, Beine, Po, sage ich nur. Ja. Schön, dass ihr dabei seid. Hier bei Janela und Biske Münsterland TV. Genau. Das heißt, wir können hier den einfach wieder drehen. Genau. Dass wir auch wieder an Müll kommen. Du hast wieder alles kaputtgestellt. Ich bin dann mittlerweile hierher geschwommen, nachdem der Herr es ja nicht geschafft hat, mich mal abzuholen. Das ist korrekt. Und ja, nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt, zum Ende einfach mal ein Like da lassen. Am besten gleich, sofort. Nicht vergessen. Denn ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Richtig. Warum haben wir hier, ich wollte schon sagen, warum hier einen Stern liegen, aber das ist der Ständer von der Fackel. Genau. Und ich kümmere mich hier mal wieder um die Pflanzen, damit wir hier neue Natsahana bekommen. Sehr gut. Ich bin am Schmelzen, also Männerarbeit. Ach so, meine, ich freue mich. Ich mache nämlich den neuen Grill, will ich machen. Schön eingebaut hat hier alles. Ja, aber dafür können wir ringsrum laufen. Ich sage nur, ich habe es angepasst an den riesen Trümmer von Beets. Aber guck mal, wenn wir den großen bauen, das wird bestimmt geil. 8x8, da brauche ich 64 Planken für. Bist du ins Wasser gesprungen? Ja, nein, gefallen. Du hast aber einfach hinter mir Blumen. Und es hat Plums gemacht. So, ein bisschen was essen wieder. So. Da, ein Rochen. Kann man den auch töten? Weiß ich nicht, den habe ich noch nicht getestet. Den hast du noch nicht getestet. Warum bist du nur so? Give it to me, give it, give it to me. So. Nachher. So. Ich habe hier Seetang. Ja, das muss man einschmelzen dann. Ich wollte jetzt erstmal schnell den großen Grill bauen. Alles gut, dann packe ich das hier einfach mal rein. Und dann habe ich Sand zweimal. Ja, aber da habe ich schon eine Kiste für Material Sand. Wo denn? Erstmal wann, aber ich muss erstmal wieder aufs Boot. Also, ich kann aber gucken. Da, wo die zwei Kisten sind. Hier. Genau, hier da. Falls es da noch reinpasst. Dann mache ich da den Seetang noch mit rein. So, jetzt habe ich davon zwei. Jo, Pflanzen gerossen hatte ich schon, oder? Nee, da brauche ich Schrott für. Ja. Schrott müssten wir auch irgendwo haben. Da. Brauchen wir einfach noch eine Redoppel. Oder braten viel mehr. Dann mache ich das hier hin. Warte mal, jetzt. Dann können wir die anderen zwei gleich wegmachen. So, ob uns was aus ist denn. Nee, Vorschalttisch hier. Mach mal die Säge ein. Ähm, ich wollte die Fische holen, die großen, genau. Achso, mit dem Seetang hast du auch schon alle erforscht? Äh, nee. Da gibt es gar nichts weiter, oder? Er muss erst den Schleim erforschen, muss erst schwelzen. Achso. Ja, das geht nicht. Jetzt haben wir ihn versümmelt. Macht nichts. Ja, macht nichts. So, es ist so ein großer Wels auf dem Boot, äh, auf dem Grill, falls du eine Stammeer machen willst oder so. Warte, warte, warte. Ach, sehr schön. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein einzelnes Stammeer machen. Ja, ich finde sowas auch besser, weil dafür ist hier zu wenig immer, ne? Man ist ja die ganze Zeit ja auf dem Ding. Das, das nicht, das nicht, aber das ist, also, vom Aufwand. Für faule Menschen ist es Aufwand, genau. So, bei Hausflip habe ich ja jedes Video einen Titel und auch ein neues Bild, ne? So, endlich, Aloe Vera. Ah, Hallo Vera? Hallo Vera. Okay. Wir haben doch irgendwo die Essenskiste, ich habe schon wieder Hunger. Ja, ich habe... Aber da kommt auch gleich der Wels, der Große. Also, nochmal eine Flanke. Das ist deine zwei Fisch essen. Dann können wir diese zwei Grill kannst du schon abbauen, dann, ne? Mit der Axt, glaube ich, dann, ne? Was kann ich abbauen? Die zwei kleine Grill. Dann hast du wieder Platz da. Achso, mit der Axt mache ich den Grill kaputt. Die beiden hier, ja? Die beiden kleinen, die kannst du schon mal abbauen, da haben wir jetzt den Großen. Okay. Weil die kleinen können wir ja auch hier dreimal drauf packen. Das geht nicht. Ne, ich dachte, das geht, damit abzubauen. Aber ich muss erst mal hier Wels aufnehmen. Das geht nicht. Für dich ist auch ein Wels da. Also, irgendwie muss man es ja kaputt machen können, aber damit auf jeden Fall nicht. Ach, entfernen, man drückt einfach nur X. Ach, okay. Ja, und dann... Entschuldigung. Das ist ja cool. Ganz schöner Wellengang her, sage ich noch. Hast du gesagt, ähm... doch Planken habe ich eigentlich, glaube ich auch noch ein Paket. Ja, da kommt wieder einiges an Material. Ach, wir sind an Land hier. Wollen wir Anker werfen oder weiter? Die hört mich nicht mehr. Hast du kaputt alles gemacht? Dein Mikro? Ja, sorry. Nee, ich habe kurz das Telefonat. So, okay. Abgewürgt. Anker werfen oder weiter? Mir egal. Entscheide du. Dann Anker werfen. Dann frisst das ab, wenn du da glücklich bist. So, dann kann ich gleich noch ein bisschen Material holen. Unten Sand oder so. So. Und wir haben ja jetzt gerade nicht wenig Material hier ringsherum. Wir sollten uns mal am besten einen Stock nach oben machen, wo wir eine Küche oder sowas hinmachen, damit wir hier... Oder ein Lager oder irgendwie sowas. In die Richtung. Das war ja eigentlich schon mein Plan, nach oben zu bauen. Ja, das hört sich gut an. Aber rechte Maustaste Musik dafür drücken. Okay, ja, jetzt habe ich es gefunden. Ich packe jetzt auch erstmal wieder nur rein. Ich glaube, wir können schon fast eine Kiste für jedes Material machen. Gerade für die großen. Wird gebraucht, um dein Fluss im unteren Stockwerk zu erweitern. Achso, das ist das erstes. Das ist das normale, ne? Mhm. Stimmt. Ah, und wir brauchen ja diese Holzsäulen zuerst, ne? Ich glaube ja, genau. Ja. Aber hier, die zwei Feuer würde ich wegschmeißen, oder? Die werden wir nie wieder bauen. Mhm. Nee, warte mal. Ich fange hier einfach mal an. Wollen wir hier noch drin? Nee, für umbrauchbar, glaube ich, das ist das andere denn, ne? Wie war denn das? Machen wir das hier rein. Erhöhter Boden? Nee, das ist auch nicht. So, dann gehe ich mal den Schleim erforschen. Ah, okay. Und diese Stelle auch immer. Ja, schon eine Weile her, wo ich nach oben gebaut habe. Ja. Achso, jetzt müssen wir so eine Schraube, die kann man mit dem Metall machen. Ich denke, jetzt gebraucht mir das, das ist der Vogel. Ich muss unbedingt das essen. Ja, ich habe den Lachs auf dem Grill. Den kannst du nehmen. Achso. Da kannst du da ein bisschen komplett voll dann. Echt? Dann haue ich diese zwei Flügel nicht noch mal drauf. Okay. Und der Vogel. Na, komplett voll bin ich aber nicht. Achso, doch, den kann ich ja. Du kannst ja öfter essen. Stimmt, sehe ich gerade. Oh, der gibt, ja, nice. Dreimal oder so. Okay. Und wir haben noch das Haifutter, also essen, gleich. Okay, nice. Also, uns geht es gar nicht ganz so schlecht. Nee, ich merke schon. Kui, kui, kui. Aber, wie baue ich denn jetzt hier hoch? Was baust du? Wie ich hochbaue. Erstmal mit der Treppe, würde ich sagen. Ich muss wirklich erst die Treppe stellen, ja? Ja, würde ich machen, dann kannst du dich dann von da orientieren. Weil an der Treppe selber kannst du schon eine Plattform anschließen, weißt du? Die Pfosten sind nur, wenn du nachher keins mehr anschließen kannst an die, in der oberen Ebene. Ach so. Dann kannst du dann unten Pfosten setzen, damit du dann wieder weiterkommst, ne? Von daher würde ich einfach erst mal anfangen mit den Dings. So mache ich das Essen. Genau, die sind jetzt auch schon durch. Sehr cool. Ja, aber was baue ich dann oben für den Boden? Einfach die Planken, oder? Ich gucke mal. Ach, soll ich mal Hammer weggeschmissen? Holzdach. Einfach der zweite, die zweite von oben Reihe. Dann der erste. Holzdach ist das dann. Ne, oder? Ne, das ist doch das Dach. Ne, das ist das Dach. Deswegen. Hier, in der ersten, das dritte Symbol. Ah. Dieser Holzboden. Ah, jetzt sehe ich ja. Okay. Gut, da brauchen wir aber, achso, wir haben ja noch Holz, ne? Vorher ja auch Nummer eins sammeln. Der zweite Vogel hat es auch dran glauben müssen. Cool. Ah, du hast ja erst einen gesammelt, oder? Kann das sein? Ja, hier gerade auf dem Grill hatte ich einen. dann machen wir noch eine Kiste direkt hier neben dem Grill, dann wird das die Essenskiste, weil der ist, naja, geht es auch voll. Ach. Hui. Erstmal wieder rein alles hier. Also ein Haifleisch ist drauf. Ich habe ein Huha. Huha? Huha. So. Trinken muss er noch ein bisschen was. Ja, sagt er auch gerade. Okay, man braucht ganz schön viele Säulen, ne? Ja, je nachdem, ich glaube, immer alle zwei oder so fällt er. Mhm. Krass. So, ich bin jetzt fast, ach, Mensch, Gustav, ich wollte auch ins Wasser jetzt mal. Okay. So. Den Kopf habe ich noch nicht auf. Wieso kann ich hier keine Planke setzen? Ach so. Ich kann mir noch ein bisschen was ein. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky. Warum? Warum kann ich jetzt hier keine Planke setzen? Haben wir eigentlich das Ding eingesetzt? Ja, muss ja, sonst würde man nicht halten. Wo hätten sie Planke setzen? Na hier, direkt daneben. Neben der Tappe hier. Oh, ich werde wieder runtergefallen. Wahrscheinlich wegen dem hier. Wegen dem Segel, ne? Na ja, das Segel muss natürlich. Das geht dann eh nach oben. Ich wollte gerade sagen, das muss ja nochmal abgebaut werden. Ich baue mal X. Ja. Ach so, wir sind ja hier immer noch an der Insel. Ja genau, ich wollte ins Wasser mal, deswegen, aber ich komme nicht dazu. Alles gut. Deswegen habe ich auch das Heiding auf. So, jetzt gucke ich mal. Stimmt, das lag wirklich am See, gedacht ich mir auch schon. Der Dings ist wieder da, oder? Ja. Ah. Ah, okay, okay, okay. Okay. So. Woher kriege ich denn immer diese Pakete eigentlich? Wahrscheinlich aus den Fässern, ne? Ja. Danke. Endlich eine Weltkugel, dann kennen wir uns endlich aus. Plastik haben wir hier. Also hier steht auch wieder irgendwas. Ne, ich habe kein Holz mehr. Aber es sind ja noch drin, Blanken müssten noch drin sein. Ja, ich habe schon jede Menge rausgenommen, also es kostet natürlich sehr viel Holz. Ja, wir müssen es halt dann anbauen, aber hier sind noch 60 auf jeden Fall drin. Ja, stimmt. Okay, alles gut. Ich will jetzt auch nicht alles rausnehmen, aber so ein Not-Stick noch lassen. Ja. Man weiß ja nie, ne? Das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, wir haben ja alles mittlerweile, Wasserkörper filtern und Essen haben wir noch die Hidings. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal tauchen, damit wir weiterkommen. Ja. Oh ja, das ist gut aussehen. Ach ja, wenn ihr auch die Mods haben wollt, ich glaube, in der Videobeschreibung packen wir euch zumindest zur Hauptmod-Übersicht. Mal den Link hin zum, bei mir in der Videobeschreibung. Ich kann natürlich jetzt nicht für Janelle reden. Ne, packst du dann auch mit rein, klar. Also zur Hauptseite, die, die wir haben, wird sich mit Sicherheit erweitern. Also die werden wir jetzt nicht immer wieder erneuern, sage ich jetzt einfach mal so, aber die sind dann auch da zu finden. Also der Launcher ist der Wichtigste, der findet ja ganz oben und wer es halt nicht braucht und möchte, der lässt es einfach fertig. Soll jeder spielen, wie er mag. Richtig. Und wie wir in der 500. Folge, welche Mods wir drin haben werden, wissen wir natürlich heute auch noch nicht. So, hier ist ein Steck drin. Okay. Hier war glaube ich unser S, oder? Ach, hier sind ja auch noch 6 drin. Okay, Holzmangel hatten wir wirklich nicht. Wir haben gut gesammelt, oder besser, du und die Netze. Die Netze haben dann gut gesammelt, ja. Das sieht man so an, wenn man hier läuft, so latsch, 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 latsch. Das können wir das, damit wir so Plastikflaschen machen können. Das wäre schon ganz cool. Ja. Cool. Es wird, es wird, es wird, aber wir wollten die, wir wollten die Insel hier eigentlich abgrasen, oder? Ja, deswegen, ich bin am Tauchen, da können wir immer noch gucken. Genau. Aber ich finde zumindest keine Algen, ja doch, da ist wieder mal was. Also man kriegt, der findet ja nicht an allen Algen was. Ja. Oder ich war zu tief, das kann auch sein. Das kenne ich das Problem. Guck mal, hier hat er Plastik drin. Hier hat er Plastik drin. Noch ist da kein, kein System, also noch kannst du wirklich reinschmeißen, wo du willst. Aber du suchst ja gerade, glaube ich, ne? Ja, ich mache mich gerade ein bisschen leer, aber ich glaube, die Insel ist eh sehr klein. Oh, ist ja geil. Wir könnten, ja, hier hat irgendjemand wieder Ananas geklaut, ne? Klaut? Achso, ja, das kann sein. Ja, Vogel wieder. Mal gucken, ob ich nämlich noch Eisen finde. Ich bin nicht auf die Insel. Oh, wir haben ja schon einen coolen Grill, also das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon mal viel wert. Gerade wenn wir wieder Gustav töten. Ja, genau. Genau. Mal gucken. Genau, dass wir hier an den Kopf fallen. So kommen wir. Ah! Müssen wir nämlich auch nochmal machen. Ich bin reingefallen. Oh nein. Huch! Ey! Au! Ach, guck mal, hier ist unser Anker. Sauerstoff. Brauche ich ja gar nicht, hier weiter zu gehen. Äh, runter zu gehen. Wo runter? Ich meine, auf die Insel zu gehen. So, jetzt haben wir es. Ja, die glauben mir bestimmt meine, 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 meine. Warte, gerne nimm den Heikopf. Ach, egal. Einmal kann er mich weißen. Oh, guck mal, wie weit sie schon ist, ja. Ja. Ähm, ja. Ich probiere auf jeden Fall schon mal der, ja, das Ding, dann packen wir hier den Heikopf rein, dann sieht er wieder ein bisschen mehr, so. Ach, das ist Mango hier, okay. Die Mango. Ich will jetzt mal ein bisschen. So, hier ist Essen, nachher haben wir nichts für Essen. Für hier haben wir das und die Muschel, ich weiß nicht, die nervt bestimmt. Die Muschel? Steine. Was macht die, die nervt? Ja. Ja, weil die immer da ist, wenn man sie nicht braucht. Was ist der Stein, die können wir hier drin lassen? Ist das Plastik? Ich gehe immer auf die Insel und esse die ganzen Früchte weg, weißt? Aber dafür ist, ist doch okay. Dafür isst du, glaube ich, immer eher das Fleisch, oder? Wenn ich gerade Hunger habe oder jetzt habe ich den Hai, wo habe ich die Eiche hin? Das eine Ding vom Hai, ich glaube, das ist immer noch drin. Ich glaube, das war es schon, oder? Hier ist es gar nicht mehr. Ne. Oh, auf der anderen Seite war es hier auf jeden Fall noch nicht. Ne, ich bin nur einmal ganz kurz so rings irgendwie. Ein bisschen Plastik noch. Neh mal mit, was ich mitnehmen kann. Ah, jetzt könnte ich eine neue mehr hier einsacken. Wir hatten hier irgendwo die Kiste für das Rohstoff, für den Rohstoffzond. Was ist das? Was ist das? Das Scharnier, hat man das schon geforscht? Guck mal eben. Wohin? das ist gar nicht das. Forschen ist hier. Hier das Scharnier reinpacken. Forschen. Oh, 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 oh. Pech, guck mal. Aber eine große Kiste, sehr cool. Und hier das Ding müssen wir auch noch machen. Ja, Big Kiste. Niceer Scheiß. Niceer Scheiß, ja. Ja, die sollten wir als nächstes bauen und damit dann das Lager aufbauen. Genau, dann können wir schön Schildchen aufstellen. Schilder haben wir auch schon. Dann machen wir oben Lager, dass wir hier unten wirklich so laufen können. Ja. Zumal ja, die Palmpflanzen und so müssen wir auch nach oben denn, können wir auch nicht bauen. Genau. Cool. Ja, ich denke mal, wir sollen noch einen dritten Stock machen, dass wir so die zweite Etage, also die erste nehmen für Lager und dann oben dann halt zum Pflanzen, für die Pflanzen oben drauf. Also das nochmal. Du hast den Anker gesetzt, ne? Du hast den Anker gesetzt, ne? Ja, kannst du lösen. Irgendwo muss der sein. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ich such den auch schon. Ja, da guckst du einen Nippel. Ach, hier, sag mal, okay. Ach, okay. Okay. Da musst du erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Na, 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 na. Ich muss mal gucken, in welche Richtung er ist. Ey, mir fällt mein Scheiß ein. Ja, das liegt aber am schlechten Umgang. Ne, das war bei mir schon immer so. Achso, okay. Du kannst mir irgendein Stichwort geben und ich finde meist immer noch einen Liter zu mir, ganz stark. Das kommt mir bekannt vor. Ja. So, okay. Wir fahren. Auf der Insel war nicht so viel, außer, dass dein Magen voll ist mit ganzen Süßigkeiten. Also hier mit Melonen, wollte ich schon sagen. Ja, doch. Melonen und so. Was ist das? Das ist nochmal hier Steine, ne? Get me up. Wake me up. Before you go, go. Schrank. Wir haben Schrank. Ja, nice. Ich habe noch nicht getötet, aber... Nicer Scheiß. Wir kommen voran. Was brauchen wir denn jetzt für diesen Drohnen, wollte ich schon sagen, hier für die Kiste? Ach geht, ein Scharnier. Dafür brauchen wir dieses Eisen. Da kann ich einigermaßen jetzt... Ich habe aber irgendwo ein Scharnier reingepackt. Ne, das habe ich geforscht, damit wir Sachen... Aber wie gesagt, wir können es jetzt, können das Scharnier trotzdem schon ein bisschen Eisen. Okay. Ich denke mal, mit einer Kiste kommen wir eh nicht weit. Nö. So, warte mal, was sind hier deine komische Kiste? Von daher werdet ihr jetzt mal so ein bisschen Standbild sehen. Ein bisschen hier vor. Und mit den neuen Kisten bauen wir dann, wenn sie oben die Plattform fertig hat, so ein bisschen Wände auch hat. Ja, also ich würde an eurer Stelle lieber bei mir gucken, ich habe kein Standbild. Ja, würde ich auch. Vor allem bei Wrench-Termulator, da müsst ihr mal auf den Arsch gucken. Ja, das ist schon geil, ne? Ja. Aber das bei Scum auch, also wenn du da mal ausziehst, das ist so ein Live-Porno. Kannst die ausziehen da, ne, bei Scum? Ich weiß. Ich habe lange Scum gespielt. Ja, ja. Da muss ich mal wieder reingucken, da hat sich ja ein bisschen was getan, jetzt gab es auch wieder ein Waffen-Update irgendwie. Ja, aber ich habe also richtig gesuchtet habe ich es vor circa zwei Jahren. Ja, bei mir auch ungefähr. Also ich finde es geil, was man da mit den ganzen Körper da so macht. Ich finde es nur schade, dass es da mir vom Game her noch nicht so viel Handlung wirklich gibt. Das stimmt. Und wenn das kommt, ich hatte ja gedacht, das wird so eine Art Arma, ne? Man macht Real Life und dann können die den Körper untersuchen. Du hast ja sogar die Anzahl der Zähne dann da, ne? Also das ist schon geil. So, mal gucken aus, welche bauen können. Na generell, also es gab irgendwie auch noch nie so ein System, wo du halt, na, hier dieser Stoffwechsel und so, ne? Mit dem Essen und so. Ja, richtig, was du isst. Ein paar gehen jetzt drauf, aber nicht so in Gänze wie da. Genau. Und das war aber eine Zeit lang jetzt nicht mehr so toll. Aber ich glaube, da gab es jetzt schon wieder Updates dazu. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ja, sonst können wir auch mal reingucken, wenn wir lange miteinander aushalten. Aber eins nach andern dann. Also ich weiß irgendwie, ob ich das so lange mit dir ertrage, ehrlich. Richtig. Vielleicht mögen... Zu viel Ehrlichkeit ist man... Oh, wir sind auf einer Insel. Vielleicht mögen die Zuschauer das ja ja nicht. Ja, das ist bekannt, aber vielleicht bist du ja dafür doppelt so gut, dass sie es so aushalten. Ja, aber vielleicht ist ja genau andersrum, dass deine Zuschauer mich nicht mögen und meiner dich nicht. Wer weiß? Glaube ich nicht. Wer weiß, ne? Das glaube ich nicht. Also wer mich erträgt, der erträgt schon vier. Oha! Der beißt mich schon wieder in den Armut, Wollen wir weiterfahren oder bleiben wir an der Insel hängen? Jetzt lass mich doch mal schwimmen hier. Ja, aber du weißt, dass wir weiterfahren, wenn wir jetzt kein Dings bauen, ne? Alles gut, nee. Ich glaube, wir fahren nicht weiter. Wir hängen mich nicht genau mit der Spitze hier drauf. Ja, ist halt die Frage. Also soll ich umleiten oder... Nee, wir können weiterfahren, weil es ist eine große Insel und hier wären wir bestimmt... Okay. Rückwärtsgang. Go, go. So weit sind wir leider noch nicht. So läuft. Achso, nee, warte mal. Das ist hier... Ich wusste auch noch die... Die Essenskiste ist genau auf der anderen Seite. Das ist blöd. Ja, wie gesagt, da muss, glaube ich, alles nochmal unten nicht gestellt werden. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, eine Kiste gebaut. Dann nehme ich die erstmal fürs Essen. Ja. Weil ich kriege jetzt natürlich dann auch, wenn ich hier weiterbaue, das Problem, dass ich nicht überall bauen kann. Ja? Ja, was will das schon wieder? Ich habe Hunger. Wow. Warte mal. Also eins. So. Dann musst du hier das nächste hin. Und hier das. So. Genau. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Oder wie nicht? Nee, sabbeln wir mal schnell. Ist ja hier nicht wie bei armen Leuten. Das ist korrekt. Sondern wie bei uns. Haben wir jetzt ja endlich noch Löcher, wo wir reinfallen können? Ja. Wir haben noch Löcher auf dem Boot, aber... Ja, haben wir. Aber reinfallen, weiß ich nicht. So. Ei, 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 ei. Ei. Ei, 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 ei. Du hast schon wieder, siehst du? Och Mensch, ich bin mich am Lärm machen. Jetzt habe ich schon wieder einen toten Vogel hier. Oh. Ich habe noch ein Paket. Ich mache jetzt in die große Kiste alles, was essbar ist hier irgendwie. Papierstapel. Wir können unter die Schriftsteller gehen. Yes. Hau mal, nehme ich hier schon mal alles. Bob ist wieder da. Ich weiß auch nicht wo. Oder hinten. Bis ich da bin. Ah, ist auch schon wieder weg. Kartoffeln. Habe ich noch Ananas? Ananas macht die Ananas. Richtig. Richtig. So. Und, äh. Nicht anders. Genau. Stimmt, wir haben 30 Minuten. Ja, ähm, ja. Ne? Und so. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo, oder vergesst es nicht. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Steffen. Tschüss. Und tschüss, ihr Lieben. Bye, bye. Bye, bye. Schaut mal bei Ranch vorbei, bei, äh, ne, da drüben bei der Dame. Ciao. Tschüss.